Menschen im Autismus-Spektrum weisen bestimmte Kernsymptome auf. Zum einen haben sie Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Kontakten, weil sie wenig Gespür für soziale Situationen haben oder beispielsweise auch Schwierigkeiten haben, den Blickkontakt aufzunehmen. Sie haben häufig Spezialinteressen, die ihnen sehr wichtig sind und sie neigen dazu, dass sie Schwierigkeiten haben mit Veränderungen. Also ihnen ist es sehr wichtig, dass Dinge immer gleichbleibend und möglichst vorhersehbar sind. Außerdem haben Menschen im Autismus-Spektrum häufig eine große Empfindlichkeit gegenüber Außenreizen, sind beispielsweise lärmempfindlich oder geruchsempfindlich oder können bestimmte Stoffe auf der Haut schlecht aushalten.